yo leute und damit herzlich willkommen zurück zu star wars battlefront ihr seht es wir spielen noch mal eine runde helden wir uns schon das hatten wir ja beim letzten mal schon allerdings war das noch ohne die kenntnis dass tatsächlich die zwei neuen kostüme gekommen sind für hansomo und für diese ich weiß sich eine dance floor walker sky wo irgendwie so ich bin mir nicht ganz sicher jetzt sind wir natürlich auf der falschen seite gelandet um die richtig zu zeigen aber wir werden die nämlich sehen wir werden die nämlich gleich kaputt schlagen mit mr vader hier anstatt und diese kostüme gibt es nur auf den schneemaps zudem gibt es wenn ich es richtig gesehen hat tatsächlich eine neue map variante oder so was oder aber ich jetzt scheiße rebellenlager irgendwie so gibt es jetzt glaube ich in einer kleineren variante noch oder kann das sein das können wir uns natürlich dann auch gerne noch mal reinziehen da ist halt dieser link da vor vor meiner fresse man kommt er so ne mann ach mann er lappin lappin können sie wieder aufhören hallo wie sie nur auf mich gehen alter schon wieder dieser bleibt ruhig nicht direkt wieder beleidigen alter schwede der hat drei kills und ich bin jeder kill davon ich bin jeder auf die liste mit dem bastard den würde ich eine richtige zerberster schelle geben wenn ich jetzt könnte man was ist los mit dir was ist hier los mann ich bin gar nicht klar ich komme einfach auf mein scheiß leben nicht na endlich mal auf die liste mit dem wichser geht mir das auch direkt hier ich bin ich mal richtig drinnen ich habe fünf jahre nach dem scheiß spiel gesucht es ist also ich weiß nicht ich weiß nicht womit das zusammenhängt ich habe jetzt tatsächlich gelesen 13 millionen verkauft ich glaube ich habe das doch schon mal gesagt aber 13 millionen verkauft alter ich suche ein spiel und sehe wie die prozentzahl darunter geht der 80 prozent gute spiele 76 prozent 60 prozent alter ewig ein spiel gesucht warum auch immer ich mache ich drinnen hier im game loser abgeschobbt vor meiner fresse haben sie mir den kill weggesnappt den auch noch und den auch noch das wird eine schnelle runde leute da werden wir uns jetzt gleich mal schon überlegen was wir als nächstes machen können gefecht vielleicht wir können gefecht machen ab und zu hier und da habe ich es gelesen aber gefecht ich weiß nicht ich wollte wirklich mal eine gefecht runde von anfang an weil bisher habe ich das ja immer nur als filmmaterial 5 von 6 ist jetzt los das meine ich im moment was ist denn mit den verkackten servern los ich habe ohne scheiß ich habe ich schwörs euch ich habe 20 minuten und scheiß spiel helfen wird schon gesucht einfach nur einfach nur ein spiel nicht mal speziellen maps suchen ist sowieso das ist sowieso der tödliche fehler den man machen kannst bei battlefield battlefront speziell nach einer einer maps suchen ist vorbei direkt kann sie direkt aufgeben ich weiß nicht warum die das nicht hinbekommen ich meine bei battlefield ist natürlich playstation 4 mit abstand die beliebteste plattform ich glaube von den 13 millionen sind irgendwie 7 8 millionen nur playstation aber ja was bleibt denn da übrig denn 5 6 millionen und ich glaube davon sind irgendwie so 4 oder so xbox glaube ich ich glaube pc hat bei battlefront abgestogen von den verkäufen verkäufen er warum auch immer ist natürlich optisch die beste beste version aber deswegen das ergibt alles gar keinen sinn es ergibt alles gar keinen sinn ist ja auch bewusst es ist ähm längste runde aller zeiten heldenwurst schurken jetzt alter jetzt kommt drache amarin zx rein jetzt müssen wir leider raus gehen oder schwimmen wir noch mal eine runde heldenwurst schurken ich weiß es nicht ach komm ich schwimmen noch mal eine rückrunde irgendwie was solls wir hören uns gleich wieder ihr werdet schon sehen was wir machen aber er lebt natürlich noch zum abschluss hier eine runde gefecht und schauen mal was so abgeht lobby ist schon wieder halb leer geil mann so liebe ich das so liebe ich das ey eigentlich hat er gar keine energie mehr aber er lebt natürlich noch natürlich natürlich alter stirbst du alter was ist denn was ist falsch mit den leuten äh äh wie kann hier ein roter punkt sein wie kann direkt auf mir ein roter punkt sein das war noch nicht er dafür wäre ich dann auch viel zu weit weg gewesen aber äh alles klar wir haben schon 8 kills was geht Leute stimmt was ich eigentlich noch was ich eigentlich noch gar nicht gefragt habe so richtig auf welche konsole oder ob ihr auf PC zockt wo zockt ihr Star Wars Leute schreibt das gerne mal in die Kommentare ähm von mir aus einfach äh Moment irgendein Hashtag oder sowas PC PS4 oder Xbox ok hinter uns wir haben die Flucht unter Kontrolle Alter Alter schön die Drohne hier platzieren ansneaken ansneaken nein nein man man ach wir haben die eingeholt schon wieder wie man sieht ich hab 5 kills korrekt man 5 kills von 20 ist schon ok der ist schon ok ok äh habt ihr gesehen wie die Granate geflohen abgestoppt ist schon ok ok oh shit man da sind wir schon ganz gut den Ass gesaved Granate raus die fliegt nicht gut ey ich spiele ziemlich scheiße gerade Alter Leute ich hab mich so scheiße verladen jetzt I long the wolves ok alles klar man ist ne richtige Schimmelgammel Kackrunde von mir gerade mal das wärs ja gewesen ey schon wieder der Typ Alter Drache Armarin verfolgt der mich Alter was ist denn mit dem los ich bin noch in einen ganz anderen Modus gegangen verfolgt der mich oder was ist hier los der Drache sucht mich heim Junge er hat die Fährte aufgenommen ich hab einen Furz gelassen 2 3 4 4 5 5 6 3 5 5 der Kommen die? Sehr schön, ich warte jetzt hier einfach auf die Aber dann wichse ich die alle weg Korbschulgeschützt, rette mir meinen geilen knackigen Ass, Alter, geil, Mann Ach, man kann immer nur eingeschützt haben, das war ja klar So, stürmen wir die scheiß Bude hin, zack, Grenade raus Wo sind sie? Wo sind die, Alter? Yes, Mann Ich bin's, Jungs, ich bin's, ruhig bleiben 15-4, Sorbus ist back in Action, Alter Knorke, Aktion, ja, ne richtig geile Aktion Ach, Randomgranate, einfach mal getroffen Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Haben wir nur Gegner? Ist schon wieder so leer gefühlt Alter Schwede Ah, fuck, Alter Der Drache, Alter Ey, ohne Witz, mich würde das nicht wundern, wenn es ein Zuschauer ist Natürlich, klar doch Hallo Bitte kommen sie Ja, die richtig Panik kriegen, Alter Und direkt losschießen Gehen wir hier lang Ah, da war tatsächlich einer Ach, hinter mir Ich sehe nur meine Leute Da kommt mein Kollege gerade Und ich dachte, der wäre viel näher Bei mir, Alter, und dass ich nicht alleine bin Was ist denn los hier? Was ist denn los hier? Hinter mir Ich habe den noch gebumst, aber Drache, Junge Was ist bloß los mit dir, Drache? Und demnächst, Beckenbungs Da war noch einer Okay, säubern wir diesen Bunker von Rebellen Alter Nein Ich habe nicht gedacht, dass seine Granate mich nur trifft Ach, Drache hat auch 24 Kills Ja, aber wie viel Tore hat der? 18 Mr. Water Raven Mr. Water Raven So So Ach, Killassist nochmal 25 Kills Drache hat 28 Kills Ist nicht schlecht, Alter Nicht schlecht Aber wir haben natürlich gewonnen Gut, Leute Also schreibt gerne mal in den Kommentaren Ob ihr wirklich mal eine richtig explizite Folge Gefecht haben wollt Und Auf welcher Plattform zockt ihr eigentlich Star Wars? Playstation Xbox Oder PC Schreibt es auch mal in den Kommentaren, wie ihr den Bock gehabt Wir hören uns beim nächsten Mal Ich hoffe, es hat euch gefallen Haut rein Und Tschüss